Die Vereinten Nationen haben den 20. Februar zum Welttag der sozialen Gerechtigkeit proklamiert. Also schauen wir doch mal, wie es um die soziale Gerechtigkeit in der Bundesrepublik bestellt ist. Jedes vierte Kind in diesem reichen Lande lebt unterhalb der Armutsrisikoquote. Hinzu kommt, die Entwicklungsmöglichkeiten eines Kindes hängen enorm vom Geldbeutel der Eltern ab. Die Chancen, dass beispielsweise ein Kind aus einer Arbeiterfamilie auf ein Gymnasium geht, sind dreimal niedriger als die Chancen eines Kindes, dessen Eltern zur obersten Dienstklasse gehören. Nichts entscheidet heute also so sehr über den Lebensweg eines Kindes wie die Gnade oder eben Ungnade der Geburt. Und generell ist zu beobachten, die Schere zwischen Arm und Reich geht weiter auseinander. Wer reich ist, dem wird noch mehr gegeben und dem Arm wird auch noch das wenige genommen. So verfügt das reichste Zehntel der Bevölkerung über fast zwei Drittel des gesamten Vermögens. Das muss sich ändern, diese Entwicklung muss gestoppt werden, die Schere zwischen Arm und Reich muss sich wieder schließen. Dazu brauchen wir einen Kurswechsel in der Politik, in der Sozialpolitik und dafür setzt sich die Linke ein. Nicht nur am Tag der sozialen Gerechtigkeit, sondern an 365 Tagen im Jahr. Nach der sozialen Gerechtigkeit Vielen Dank.